Moin moin und hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ja, es geht heute weiter mit The Pick und das tun wir eigentlich nur, weil ich eine Herausforderung habe. An sich zwei Leute töten und vier Leute mit einem Dash erwischen. Den Dash mag ich nicht so, aber wir werden es vielleicht versuchen, je nachdem wie die Survivor spielen. Und ja, ich hoffe mal, zwei Kits sollten wir doch, denke ich, mal hinbekommen. Ich spiele mit Discordens, was dafür sorgt, dass ich halt sehe, wenn zwei oder mehr Leute an einen Gen arbeiten. Ich spiele mit, ich weiß nicht, wie ihr Perk heißt, mit dem vom Pick, welcher dafür sorgt, dass ich Generatoren sehe, welche ich getreten habe und auch erkenne, sobald sie nicht mehr zurückgehen. Sprich, wenn ein Survivor an diesen rangeht und diesen weiter repariert, nachdem ich ihn beschädigt habe. Dann wieder Barbecue und Chili, wie wir das kennen, um ein paar Bluepunkte zu bekommen. Und als letztes Ruin, um das Spiel ein bisschen in die Länge zu ziehen. Wenn die Leute nicht wieder innerhalb weniger Sekunden die Ruin finden. Ja, und dann gucken wir mal, was wir hier anrichten können. Anrichten, ausrichten können. Wir sind hier nicht beim Essen. Obwohl. Verstecken wir mal kurz unsere Aura. Unseren Terrorradius auf Null machen. Ja, das war ein Satz mit X. Ich habe gedacht, der läuft anders noch. Hi, hi, hi. Der Volt war nicht schnell genug. Stopp. Na, holen wir den Hacken her. Zack, erwischt. Sehr schön. Balanced Landing. Erwischt. Ich bin niemand, der jetzt hier darauf aus ist, dass sie durch die Fallen sterben. Die Fallen sind lediglich jetzt dafür da, dass sie ein bisschen von den Gents abgelenkt werden. Und ich etwas mehr Zeit habe, um sie zu jagen. Das ist schön. Die Verfolgungsjagden ging relativ zügig. Und sie kommt sogar direkt in unseren Keller. Da haben wir jemanden. Das ist, glaube ich, sogar der, den wir schon am Haken hatten das allererste Mal. Erwischt. 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 Sorry, dass ich für dich gehe, aber ich habe dich jetzt als Einzige noch gesehen. Oh, das wollte ich gar nicht machen. Hast du das heiße? Ah, das waren unsere vier, oder? Nice. Der will unbedingt diesen Gen fertig machen. Hättest du dich geheilt. Selbst schuld. Dann kam er den ersten tot. Und immer noch fünf Gents. Ich meine, da gerade jemanden gesehen zu haben. Sehr schön. Oh, Leute. Das war ungünstig. Nochmal dasselbe Spiel. Balanced Landing und sowas. Okay. Komme ich mit zurecht. Haha, erwischt. Okay. Du bist der Einzige, der ich sehe. Und der, der dich gerettet hat, der schon lange vom Haken... Äh, äh, an Haken. Und das war nicht gut von dir. Okay. Gut, wir haben ihn, der da links hingelaufen ist. Und wir haben ihn, der da rechts ist. Ich weiß nicht, hatten wir den links schon zweimal am Haken? Okay. Wie viel, wie viel, wie viel, wie viel? Ah! Ah! Ist egal, wir haben eine Menge Distanz. Ach, scheiße, da ist keine Tür. Kommt er wieder zurück? Schade, ich habe gehofft, der kommt zurück. Ja, die machen wir weg. Okay, ist er einmal rumgelaufen. Haben wir hier lang? Haben wir hier lang? Hi. Okay, ich dachte, ich hätte gerade ein Jenga-Geräusch gehört. Okay. Nicht gut gemacht von ihm. Gut, wenn wir den haben. Ich glaube, der ist nämlich dreimal hier. Er war glaube ich nicht ich. Hoppla. Ist ja schön zu wissen, wo die Luke ist. Die werden ja nach rechts laufen. Okay. Er läuft halt nur geradeaus weg. Ne, der ging ja geradeaus. Jetzt nicht gerade, dass er die beste Technik entkommen hat. Nein. Nö, nicht mit mir. Ja, Fenster. Okay. Er passt auf jeden Fall auf. Das muss man ihm lassen. Das muss man ihm lassen. Mein Gott, ist der zügig unterwegs. Er geht mir hart auf die Nüsse. Nö. Okay, er ist da. Am Jenga. Luke finden. Oh, danke. So, jetzt muss er. Wohin? Hier wäre sehr realistisch, dass er... Jawohl. Wollen wir wieder einen Endgame-Kill haben? Keinen kommen. Keinen kommen. Ich verfolge dich einfach die ganze Zeit. So lange ich dich nicht aus den Augen verliere, ist das kein Problem. Tut, 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 tut... Oh, ja. Hi. Ich hab dich nicht aus dem Kopf verloren. Entschuldige, und muss meine Nase kratzen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Und sehr gut. Ich bin zu wenig normal geschlagen. Aber es ist okay. Ja. War klar. Zwei Pips. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war eine sehr gute Runde mit dem Schwein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hau da rein, Leute. Ciao, t贈 pi. Bis dann. songs. Słys.